Hallo, ich bin Antje Jakobs, Mitarbeiterin vom Whisky-Fachgeschäft Jakobs in Waren an der Müritz. Wir sind in Waren die erste Anlaufstelle für Whisky-Spezialitäten aller Art. Wir arbeiten seit vielen Jahren geschäftlich und auch privat mit der Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte zusammen. Als es um die Finanzierung einer neuen Geschäftsausstattung ging, haben wir uns vertrauensvoll an unseren Berater Robert Wüstefeld gewandt. Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung hat er uns begleitet und kompetent beraten. Auch in Zukunft würden wir diesen Schritt jederzeit wiederholen, weil wir wissen, wir sind ein perfektes Team. Wir kümmern uns um unser Geschäft und die Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte um die Finanzen.